Ich habe mal Orangen und Mango genommen, weil ich einfach Mango sehr, sehr gerne habe und auch Orangen. Das ist einfach ein frischer und hat viel Vitamin Z. Dann habe ich noch Rote Beere genommen. Das ist einfach, ich stehe, mega auch Kimbeere, Heidelbeere und ich esse das auch immer zum Frühstück. Darum habe ich gefunden, es ist doch ein perfektes Getränk. Das ist einfach, ich stehe, mega auch.